Okay! Hi! Wo sind immer noch die Fliegen? Ha! Geil! So, Leute! Wisst ihr was? Aber das ist mir jetzt egal! Wir spielen... ...55-54-84... Ich will das nicht. Ich will Sound nicht, aber... Ich hab keinen Sound! Wieso hab ich keinen fucking Sound? Hä? Oh Gott, jetzt hab ich Sound. Wieso, wieso sind eigentlich bei diesen kleinen Freddy... ...Teddy... ...Psst! Oh fuck! Oh ffff... Ha! Gut! ...Gut! Oh Gott! Leute! Ich... Ich glaube ich sterb gleich! Ich sterb! Ich sterb! Alter! Wo kam der bitte her?! Alter! Wo kam der bitte her?! Oh Gott sei Dank, dass ich eben in diesem Moment nicht auf... ...den... ...Bild... ...Schirm... ...geklötzt habe! Ich schon! Alter! Alter! Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr! Nein! Wir müssen es aber... Nein! Nein! Für unsere Fans! Für unsere Fans! Ja! Aber was ich jedoch komisch finde! In jedem... Ich weiß nicht ob es im dritten Teil auch so ist! In jedem Five Nights at Freddy's Teil... ...gab es einen Cheat! Gibt es den Five Nights at Freddy's 4 auch? Weiß ich gar nicht! Schmisch auch schon! Entweder wir probieren's auf! Chris Prack Hopp! Entweder... Wir probieren's auf! Wir müssen jetzt aber noch weiter zocken! Nein! Ich sprech die Aufnahme ab! Ich hab... Ich glaube der Part ist so lang, dass mein Aufnahmeprogramm sich gedacht hat... ...ich mach ich zwei Parts draus! Naja, ich hab was von dir gefallen! Ja, dann lass doch ein Like da! Lass ein Abo da! Auch beim lieben... Okay! Ich hab deinen Namen vergessen! Scheiße! Cunny wanted Cunny! Ja, ähm... Im letzten Video, das hoffentlich bald hochgeladen ist... ...habe ich auch noch mein Facebook verlinkt... ...mein Aufnahmeprogramm, mein Stückprogramm... ...und den lieben Cunny! Ja! Und... Ciao! Schnitt!